Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Es führt weiter hinten, macht fällig mit der Startnummer 40. Durch die Überrechte soll Alper Dünn, wenn es Pompoli führt, dass den reichen Radiosatz dazu wird. Ist durch die Wände gelöst, so wie Alper Dünn. Paul Wohlbieter konnte sich freifahren. Bruno Wohlbieter ist in die Wände. Das Feld starrt von Frank Sennig. Das Feld starrt von Frank Sennig. Frank Sennig kann das Feld jetzt von der Spitze her kontrollieren. Denn er ist durch die Wände hindurch. Wenn Alper Dünn in der Anstrengung. Aber das war klar eindeutig. Hans Frieder Spitter ist da zu Hause. Und Dana ist da. Hauptsache Psalm 4 Untertitelung des ZDF, 2020